kann auch ein bisschen langer dauerung aber egal kann ein bisschen länger darum eigentlich bitte richtiges deutsch jetzt haben wir alles können wir wieder verkaufen also an erz ich dachte schon wo wir hingehen sehen wir die also in gottik 1 viel viel erz jetzt wird uns nicht mangel richtig gehapert mit dem gold aber okay ich habe irgendwie geschafft ich habe alle rüstungen gekauft also die hauptmannsrüstung die letzte hab paar gute waffen gekauft hat noch mich hochgeskillt ist in ordnung ist in ordnung ich bin schon ein fiktus problem ich denke ich werde heute mal ein bisschen mehr aufnehmen als 60 minuten 60 minuten mache ich eine pause und dann gehe ich was essen oder was trinken trinken ist klar vielleicht noch mal kurz auf toilette und lerne meine blase und dann mache ich weiter vielleicht so noch zwei stunden und dann war nicht besonders scheiß auch wir könnten jetzt versuchen lefty kaputt zu schlagen aber ich weiß noch nicht ich habe voll angst vorhin hey du neu hier was auf den reißfeldern brauchen wir noch jemanden mehr den bauern wasser bringt da kannst du dir einfach freunde machen dann sofort links zu holen ich bring dein wasser selbst rum so geht man aber nicht mit freunden um ich glaube ich muss dir mal manieren beibringen ein kampf warum ist er so stark der wurden sohn boah man ich kaufe mir jetzt nur neue rüst rüstung und dann fick ich den jetzt boah boah geht der mir so richtig auf den zack ey level up nein natürlich nicht natürlich kein level up boah 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 b boah 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 ho hallo ho ho wiegen der sektensache es gibt ich hab noch nichts raus gefunden halt dran Ok ich hab nix ausgefunden ist klar ist klar herrmann nahe herrmann nahe in extremo die extremen die extreme extrem in den innen dann bin ich schwitzig hallo ich suche eine bessere rüstung jetzt wurde einer von das ist unser kannst du mir eine schuld diese rüstung wird dich vor allen gefahren schützen ich trage sie auch und habe bisher überlebt nicht zuletzt dank der rüstung dagemann was so handelt sie noch mit was anderem ich kaufe fälle und heute von den jägern ach du scheiße hat er viel herz das glaube ich das klärt der erste was 10.000 schweiz ach du scheiße ach du scheiße So, bessere Rüstung. Oh, fuck. Wir hätten ja noch eine Mission bei Kronos. Und zwar 100 Erzbekommen. Geil. Okay, erledigen wir noch ein paar Queste hier im Lager. Ich kann mich noch ganz gut recht in den Sinn, dass... Ach, noch ein bisschen. Das... Moment mal. Ja, ich noch. Das... Roma einen Auftrag hat. Und das machen wir jetzt. Das machen wir locker im Schlaf. Locker im Schlaf. Ist klar. Homer Simpson. Hallo. Hallo. Lass uns die Sache vergessen, okay? Okay. Hältst du nach irgendwas Ausschau? Ich suche undichte Stellen im Damm. Ich habe den Verdacht, dass ein Lörker am Fundament des Dammes nagt. Das Vieh wetzt seine Zähne und Krallen an den Steinen und Holzbalken unter Wasser. Auf diese Weise ist bald der gesamte Damm untergraben. Ist es eigentlich laut, wenn ich Nick-Nacks esse? Muss ich mir gleich anhören. Kann ich dir helfen? Klar. Halt das Vieh davon ab, weiter in meinem Damm rumzunagen. Ah, mach ich. Der muss irgendwo da rum sein. Hermann Nali, Hermann Nali, du. Kann ich gar nicht machen. Kann ich nicht singen. Ganz ehrlich. Das haben die geil gemacht. Guckt euch das an. Alte Hütten. Ich glaube, in der alten Hütten sind es nicht. Hätten die mal machen müssen. Dass man unter Wasser Sachen aufheben kann. Und dass die da ein paar gute Waffen oder so Schätze hingemacht hätten. Weil man sieht das nicht so schnell. Früher, als ich das gespielt habe, als ich noch klein war. Aha, okay, okay. Der ist schon ein anderes Verlieber. Komm an! Der zieht schon ein bisschen mehr, aber den schaffen wir schon. Den haben wir geschafft. Was heißt, wir schaffen den schon. Geil. Zwei Hütten unter Wasser. Also. Früher war hier kein Wasser, sondern alles leer stehend. Jetzt mal ehrlich, wie kommt die Hütten da nach unten? Hier war doch bestimmt von Anfang an Wasser. Weil sonst... Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Homer Simms. Ja, du hast mich besiegt. Boah, ja. Ich hab das Bist erledigt. Jawohl. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen legen. Schlafen legen. Und das bedeutet... Ich will erstmal gucken, ob ich jetzt Silas schaffe. Oder nicht. Ich halte mich da lieber aus. Weil ich möchte seine verfickte Waffe haben. Ich bezweifle es aber okay. Und ich mache hier mal Schluss. Ich höre jetzt auf. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, wir sehen uns im nächsten Part.